Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich werde immer wieder gefragt, wie mein Kanal aufgebaut ist und wie man die Videos, die ich dort hochgeladen habe, so ein bisschen strukturiert auch anschauen kann. Das könnt ihr relativ schnell machen, wenn ihr in YouTube das hier oben eingebt, addachimklein, dann erscheint, ich kann das ja mal gerade hier schnell machen, dann erscheint hier so eine Liste mit allem, was irgendwie mit Achim Klein zu tun hat. Und wenn ihr dann hier auf diesen Button klickt, dann kommt ihr auf meinen Kanal, das ist der Hauptkanal. Da läuft direkt hier auch ein Video los über den dritten Tempel, das habe ich dann mal als Favorit angegeben. Und dann geht ihr am besten hier in Playlists und in den Playlists könnt ihr euch dann die verschiedenen Themen auch aufrufen. Zum Beispiel hier Bibelschule, 9. Klasse, 8. Klasse, 7. Klasse. Das ist eigentlich ganz interessant und relativ einfach, auch sich mit dieser Bibelschule, Klasse 1 bis 9, da so durchzubewegen. Da sind dann nicht hunderte von Videos drin, sondern nur einzelne Videos, die man sich mal anschauen kann. Wenn ihr hier draufklickt, läuft sofort das erste Video los. Ich mache aber mal was anderes. Ich sage mal komplette Playlist ansehen, hier in dieser Bibelschule, erste Klasse. Dann seht ihr, hier sind alle diese Videos untereinander über die Wiedergeburt Jerusalems. Die 3 in 1 Struktur, das ist auch ein ganz spannendes Thema, Sprüche Salomos und Standbild Daniels für die erste Klasse. Dann kann man hier wieder zurückgehen und dann kommt man wieder hier auf diese Hauptseite. Dann wieder hier auf Playlist. Dann sind wir wieder hier, hier haben wir wieder unsere Bibelschulen. Dann kann man hier in die zweite Klasse gehen, komplette Playlist ansehen. Dann kommen dann hier zwei Videos über den Tempel. Wenn man wieder zurück will, geht man wieder hier zurück. Achim Klein, kommt man wieder auf die Hauptseite. Dann wieder Playlist. Und dann kann man diese Playlist sich alle dann anschauen. Eine ganz wichtige Playlist ist diese hier, wichtige Videos Roadmap. Da sind alle Videos drin. Wenn man die von Anfang an sich anschaut, dann hat man einen kompletten Überblick über das, was ich da an Videos gemacht habe. Das ist aber sehr, sehr viel. Deswegen gibt es diese Klassen. Ich gehe jetzt mal wieder hier zurück. Also die Bibelklassen sind da etwas reduzierter vom Inhalt her. Jetzt gehe ich mal wieder in die Playlist. Also das hier ist eine sehr wichtige Playlist. Dann ist eine wichtige Playlist Schlaglichter. Da geht es um Themen rund um Israel. Und dann kann man die Schlaglichter im Detail sich dann so anschauen. Ihr könnt natürlich auch hier draufklicken, Videos. Man könnte ordnen nach Neuester, Beliebteste, also die die meisten Aufrufe haben. Oder Älteste, die sind schon acht Jahre alt, die ich damals aufgenommen habe. Und das sind die Neuesten. Und auch die sind, wenn man hier auf Übersicht klickt, nach Kategorien geordnet. Ja, seht ihr hier, das ist die Kategorie, die Wiedergeburt Jerusalems. Hier ist der Antichrist. Moment, ich muss hier oben ausschalten, weil das läuft automatisch los. Also sie sind auch nach Kategorien dann alle geordnet. Und so könnt ihr euch dann so ein bisschen durch den Kanal orientieren und geordnet nach Kategorien. Dann müsstet ihr hier bei Playlists reingehen. Da sind die einzelnen Kategorien. Und wenn ihr einfach von Anfang bis Ende das anschauen wollt, was relativ viel ist, aber kann man auch machen, dann geht da hier rauf, wichtige Videos, Roadmap, da sind alle drin. Und wenn ihr einen kurzen Überblick haben wollt über das, was im Kanal behandelt wird, dann geht da hier, erste Klasse, zweite Klasse, dritte Klasse, kommt ihr da so durch. Das wollte ich euch nur zeigen in aller Kürze. Ich danke fürs Einschalten und wünsche euch alles Gute, Gottes Segen und bis bald. Ich danke fürs Zuschauen.